So, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von YouTube is Live. Ein Kurs belegen. Ach, ich hab gar nicht geguckt, wie viel Geld wir überhaupt noch haben. Gibt's hier noch was billiges? Videoaufzeichnung für Anfänger. Komm, können wir ihn mal gönnen? Am selben Computer wie meinem Mitarbeiter zu arbeiten, war nicht die beste Idee. Ich entschied, dass es Zeit war, meinen Mitarbeiter eigenen Computer zu besorgen. Einen fehlt da irgendwie, damit wir beide zur selben Zeit Videos machen konnten. Kaufe einen neuen PC. Ich mag, was ich sag. Ja, schaffen wir nicht. Am Feiern werden wir auch nicht schaffen. Bei Pipper sind wir ganz gut. Standard-PC, 350. Großartig, ein Computer ist fertig zum Aufnehmen. Es ist nicht das Neueste, aber man kann ihn doch aufrüsten. Danach musst du bei der Videokonfiguration nur noch den Arbeitsplatz auswählen. Okay, jetzt haben wir quasi oben... Ich weiß gar nicht, ob es auch einen Shortcut dafür gibt, dass man nach oben kommt. Da sehen wir jetzt gleich auch den zweiten PC. Da ist er. Den können wir natürlich auch aufrüsten. May we, may no. So, der ist natürlich erstmal kacka. Und hat nur die einfachen Ausrüstungen. Deswegen würde es Sinn machen, da später auch den zu erweitern. So, wir machen erstmal ein bisschen Kochtechnik, würde ich sagen. Und dazu nehmen wir unseren ersten Computer in der niedrigen Auflösung, den Popfilter und Stereo. Okay. Videos sind ganz gut. Das passt erstmal soweit. Oh, was ist jetzt los? Achso. So, fangen wir mal mit Grün an. Grün-Braun. Nur Lilla, nicht Braun. Ja. Müssen wir ein bisschen Grün runterhauen, aber passt schon. Plus zwei Lilla. Okay, Gelb und Braun haben wir noch gar nicht. Gelb und Lila. So, dann bauen wir da noch ein bisschen was. Aber genau, hinten raus kommt ja dann immer noch das super Gute. Und holen wir uns nochmal ein bisschen Gelb. Dann haben wir nämlich auch alles. So, Kurs ansehen. Achso, okay. Er kriegt ein bisschen Performance, ein bisschen Videobearbeitung, Sound. And that's it. So, dann machen wir erstmal hier wieder die Videos. Das passt, das passt. Ja, das nimmt sie hier nichts. Ja, das nimmt sie hier alles nichts. Okay, dann, ähm, was hätte ich denn gar noch? Braun ein bisschen, ein bisschen Gelb und Grün bräuchten wir auch noch. So, Render. Neuer Rekord, jawohl. 811. Wir gehen steil nach oben. Dekonstruktion, Level 7, Level 8. Sehr geil. Schön vorm Ende. So, du machst bitte ein Video. Ähm, Kochtipps. Hier machen wir auch Kochtipps. So und so. So, so, so und so. Ne? Und so weiter und so, so. So, dann kann er erarbeiten. Wir machen ein neues Rezept, würde ich sagen. Schon mal in Vorbereitung. Ah, das läuft hier. Das läuft. So, ess erst mal wieder Hot Dogs. Und danach gehst du Zutaten kaufen. Dafür ist der Computer oben ja okay. So, anschließend machen wir auch noch ein Tweet. So, machen wir hier nochmal Essen. Das sollte funktionieren. So, können wir was vegetarisch machen. Knoblauch und Petersilie. mit Reis und Steinpilzen. Ach, wir wollen hier Rezept erstellen. Hier Rezept erstellen ist es. Vegetarian. Rundkorn-Reis mit Steinpilzen und Knoblauch. Rundkorn-Reis-Salat aus dem Steinofen. Ja, meinetwegen. Tö, tö, da. Tö, tö, da. Tö, 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 tö. Tö, tö. Tö, 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 tö. Tö, tö, tö. dann auch bewerben eigentlich noch mal nicht leisten wo ich habe auch kein geld mehr 21 dann würde ich sagen machen wir noch mal ein weiteres video mit die die kochtopf mit die kochtopf machen wir eine neue ach es belegt okay jetzt aber nicht mehr jetzt müsste es theoretisch wieder funktionieren so unser johnny wie sieht es aus 165 also es geht ein bisschen nach oben damit kann ich leben so nächstes video mal zwei kriegen wir also eine vier braun und lila ok jetzt müssen wir lila machen plus zwei mal zwei ah ja gut sound sind wir schon überragend so dann grün bricht man theoretisch noch nur gelb naja und geld mal zwei und grün dann haben wir da schon mal die 13 fehlen uns nur noch die gelben so ok wir sind müde wir haben neue verfügbare karten aber zu wenig jedoch nicht geld und wir haben ein level ab 4 neue freie karten 70 neue kleidung 5 neue einrichtungen zwei ausdauer und drei neue widgets ok wir sind immer noch müde und wir gehen auf irgendeine party oder sowas als ungünstig machen was so das ist super und noch einmal sind wir da noch mal ein bisschen music ach weil unser kochdings ist ja glückwunsch du hast 100.000 abonnenten erreicht du wurdest zu einem event eingeladen bei dem du den preis für so viele abonnenten bekommst verpasse bloß nicht den termin i think wir müde so wir können auch mal ein video aufnehmen können hier noch mal ein paar kochtipps geben und vielleicht noch mal was ausprobieren so passt 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 mono und der rest ist ok ok wir schleichen zum event gut ist es nicht aber naja wir werden irgendwie durchkommen so hier gibt es auch noch mal ordentliche abonnenten geld 94 dollar sehr schön willkommen zur youtube preisverleihung für die besten youtuber ja cool kann ich mit ihr reden bitte einen riesigen applaus für barney für das erreicht waren 100.000 abonnenten gratulation ist eigentlich hier der robin hood ja herzlichen glückwunsch zu diesem erfolg wir hoffen dass du weiter so erfolgreich bleibst was das die silberne ja theoretisch wäre es der silberne pfeil oder sowas aber hier ist es die silberne kamera ok das genug ich geh jetzt bin müde war nie müde so schlafen gehen bitte wobei du gehst vorher noch mal hottag essen und dann gehst du schlafen so wo ist denn der ach da hängt er alles klar so beide videos gleichzeitig fertig so gegessen haben wir dann gehen wir schlafen nächsten morgen machen wir erstmal wieder einen tweet ja ok 26.000 so am feiern haben wir nicht geschafft im restaurant müsste hoffentlich gleich sein oder kochtipps 3 geben so können wir denn noch unser material oder unsere küche aufrüsten was ist hier los eigentlich ah könntest du auch noch was kaufen anderen leider nicht ok möchtest du ins kino gehen und kochtipps nächster hauptziel sind 250.000 abonnenten oh gott ach du scheiße gibt ja wirklich noch neue sachen fritteuse alter schwede ok wir müssen deutlich mehr geld machen so wie schaut's aus ja 259 das geht immer weiter nach oben er ist aber noch motiviert das ist sehr gut dann nimmst du gleich ein neues video auf und zwar machst du hierfür die das rezept erklären im kochtopf so das passt das passt das passt wunderbar und wir können ja mal in zwei tagen ist das event ne in drei stunden beginnt der event ok dann können wir eigentlich schon mal runter gehen weil wir uns eh gleich umziehen müssen und dann machen wir nochmal das kochevent gleich ist übrigens auch mietezahlen dran na zum glück haben wir genug geld 320 kostet uns ja jetzt die miete 3,56 haben wir ja wir wissen wie es geht das ist erst einmal nix neues du ok ich weiß nicht wie lang es geht mit grün und blau wäre es theoretisch perfekt so du mit irgendwas dazu ah die dinger sind aber auch wirklich immer simpel die mission hier also diese kochevents sind ja keine mission so genau jetzt kommen wieder zwei gleichzeitig grünschleim und er hat es gerne pur so müsste auch beides perfekt sein lalala und einer möchte bestimmt wieder was zu trinken sag ich ja so 53 12 du kriegst also auch keinen abzug wenn du was in den mülleimer schmeißt so der next one hello miss und der letzte daneben geklickert oder die letzte so so gibt wir 9500 irgendwas 65 punkte irgendwie landet man auch immer beim sams score also ist relativ unspannend bringt halt knete ne dafür mach ich es eigentlich hauptsächlich 150 kriegen wir insgesamt 8000 abonnenten und ähm ja das soll dann dafür auch immer ausreichen so morgen er ist level 8 wir sind level 12 naja wird bestimmt auch ein bisschen mehr geld haben wollen beim nächsten mal oh man ich verstehe nicht wie du bei so schlechten wie du so viele abonnenten haben kannst ich glaube es einfach nicht ignorieren wir müssen ja nicht einmal alles kommentieren ne so wir könnten ok 712 sehr gut kochtipps möchtest du ins kino gehen am 4. Mai the bridges of edison county so gehen wir mit zion mal hin oder zion ey digga du bist müde wa man merkt es dir ein bisschen an so neues video ich glaube ich kann aber gerade nicht das andere machen so wir machen das mal mit den messern und mit der pan und der müsste theoretisch besetzt sein ist er nicht aber eigentlich müsste er besetzt sein der platz so braun und gelb ist beides blöd braun und gelb oh ja sehr schön nur braun ist brown kriegst a frau so wieder braun und gelb ah nehmert da brauchen wir theoretisch nur grün ah sehr gut mal zwei aber wir haben nichts grün das war ne ja nehmert und lilla ah ok jetzt komm müssen wir grün nachbearbeiten damit wir da auf ah plus zwei sehr gut schaffen wir es doch noch im letzten schritt jetzt sind sogar acht aufnahmen die wir schon machen also unsere videos werden länger und größer wie ihr seht ja da müssen wir kurz mal innehalten so in zwei tagen ist das event unsere miete und so weiter 380 jawohl haben wir bezahlt so ja das video war ganz okay 78 dollar verdient das war das video was er gemacht hatte ah 323 also er geht jetzt auch steil bergauf sehr gut so was los digga äh hallo ach weil es gerade hochlädt deswegen kann ich gerade nichts machen ich kann aber auch sonst irgendwie nichts machen ok also es rendert und da kann ich natürlich nichts dran machen am pc müsste aber gleich fertig sein und dann kann ich es auch hochladen so weil hochladen geht immer im hintergrund geht nicht so jetzt aber sehr schön danke da hinten raus dann flach dann zwei hoch und ah ich muss sogar mich jetzt entscheiden was ich rauslasse ok krass dann machen wir es so ähm gelb grün müssen wir auf jeden Fall noch machen so rendern ok wir können jetzt sogar nicht alle Szenen nehmen die wir die wir quasi aufnehmen ok krass hallo große erwartung aber ich habe der film so großartig sein ähm ne sorry gleich gegenüber ja ok neuen auftrag können wir mal machen für 36 kann er mal machen da will ich nichts mit zu tun haben über videospiele reden video verwerfen so fängt er jetzt damit an ja ok sehr gut das ist natürlich auch geil dass man die aufträge gleich seinem mitarbeiter zuweisen kann und sich dafür selber nicht die hände quasi schmutzig machen muss das ist cool i like so genauso wie das hier schon wieder knappe 100.000 views so wir machen erstmal einen vlog damit wir das auch wieder im kasten haben so grün sind wir eigentlich durch ok ich muss auch grün nehmen ach das ist ja minus 1 ärgerlich braun und noch mehr grün braun und grün so so ah lila und gelb naja gelb müssen wir auf jeden fall nehmen ja gut machen wir dann zuhause genau ich werde es zuhause bearbeiten ähm so wir flirten erstmal mit unserer Freundin wir sind ja noch ein paar so über die jacht reden hier vergeht auch die zeit nicht ne genau ich muss einen bauleinem party veranstalten bla 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 so wer seid ihr alles ok wir quatschen dann im film weiter wer ist er denn eigentlich kann ich die kamera nicht einfach frei schwenken ok fremder mit der hatten wir aber schon mal geredet über eru reden und über leute reden dann sollten wir hoffentlich bekannte sein genau so hier hat bekannte check lalalala kenne ich denn hier noch jemanden ok so wer bist du denn zum beispiel wir können ja mal mit ihm über filme reden fänden aber noch eine mission die kennen wir übrigens noch äh 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 ist hier irgendwas ne äh ne über ausgehen na ok finde das auch gut und über filme reden so dann machen wir nochmal einen tweet auf Piper äh Piper so wie kam das an 26 achso das sind wir immer gar nicht heute ist kinotag inklusive photocall und es kommt ok an ja ist ok heute ist ein schöner tag Bridges äh Kölnason läuft heute an ja da sind wir ja alle deswegen hier ne so kennen wir denn noch jemanden was hat sie denn noch für eine mission ich weiß gar nicht wer hier das ausrufezeichen über Kopf hat sie benutzt du für Ofen damit gelingt Kuchen am besten achso das war jetzt einfach nur ein Hinweis dass man Kuchen mit Ofen im Ofen backen soll danke wer ist sonst noch jemand wer ist denn eigentlich hier geil ist endlich läuft The Bridges of Edison irgendetwas an Daryl uh er ist Koch den müssen wir uns mal warm halten ich will jetzt nicht über das Kochen reden macht er trotzdem über U2 reden wir können uns ja auch mal angucken wo wir insgesamt stehen überhaupt aber den als Freund zu haben ich glaube das wäre nicht verkehrt den Daryl er ist auch einfach mal schon Level naja 14 das geht okay können wir aber noch nicht anstellen ich hoffe wir haben ein Leben gern I know über Ruhm reden und über die Yacht reden so den versuchen wir mal als Freund zu bekommen und wir gucken uns mal kurz an okay das ist nicht so sein Thema über Yacht reden da mag Leute auf dem Laufsteg ja gut das kann ich ja gleich dann nochmal machen offscreen quasi zwischen den Folgen so aber erstmal bitte sind wir fertig ach ich komme da gar nicht rauf das ist ja ärgerlich na gut dann werde ich jetzt hier noch ein bisschen rumquatschen mit den Leuten und wir sehen uns dann nächste Folge wieder wenn wir uns den Kinofilm angucken ne bis dahin mein Lieben haut rein tschau tschüss und auf Wiedersehen bla 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 bla